herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft underwater und mit dabei ist der melon joshi hallo und er hat das ganz schönes herausgefunden nämlich wie diese dinge funktionieren diese diese handschuhe hans 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 schule dass ich auf gleich ist es fertig und wenn du jetzt mal ein komisches teil denn sie haben keine energie mehr ist es noch mal schwarz weiß ich nicht du kannst gerne das noch mal demonstrieren mit der kuh mit dem handschuh funktioniert nicht oder ja das ist ein glück mit einer kuh zu machen dann macht es mit mir okay ihr seht wie sie ja und um mein gott ich habe es ja erreich dann auch schauen wir kommst du nicht viel irgendwie an ein herz oder so macht ja ein herz mit der sechs protektor mit schwarzen ja das ist glaube ich zockern hat okay wie hast du das bei mir auch haben wir müssen eine kugel die du nicht mehr haben möchte ist also eine komische feuerkugel meine feuerkugel ja war dann wie ging das noch mal ich habe jetzt ein paar tage handschuhe l nicht funktioniert nicht kannst du es nicht rausnehmen handschuhe in die hand und f und dann wissen so freuen wie viel kugeln hast du nach jetzt funktioniert ich musste gerade schiftern jetzt wie sie ja aber ich möchte immer kurz schaden sagen wir wenn du bist aber hab jetzt was selbst haben ja ich habe das nicht regenerieren jetzt war ich tot das war nicht so geplant das ist ein bisschen schaden nimmst nimm mal irgendwie schaden wie soll ich schaden nehmen du musst einfach nur leben verlieren einfach so durch mich selber oder wie ja oder mach mal hier dein glitz einschlag und du kannst ja so nicht ja weil ich hätte ich noch einmal weil ich hätte ich das mal nur einmal ja wieviel leben hast du noch anderthalb habe ich verloren und ich war voll immer noch kannst du immer noch hat es immer noch oder das reicht so regenerierst du nee ok und jetzt 0 0 0 ok und wie kann ich das jetzt machen du hast eine kugel ja machst das hier rein ja jetzt wirst du ein sechseck aus du hast ja hier so vier und sechsecke also links ja sowohl du musst ein sechseck nehmen das ist die ausführung irgendein sechseck in welches soll ich nehmen das eine ist reichweite heißt du schießt so eine kugel wie ich das andere ist hier tatsch halt also heißt alles das hat eine reichweite von vier blöcken einfach nur also ich weiß dann hier was um nehmen möchte das holt und ich sehe gerade gar nicht was ist boot ok dann nehme ich touch oder solches nahkampf so tatsch ist nahkampf ok projekte hier ok projektes motos pro motos jetzt warte jetzt erwähnt du dir einen effekt aus also heißt ein feuer oder meint eis oder diese tonnade oder halt diese erde du hast feuer jetzt machst du bei der kugel mal das auf maximum also bei der kugel kugel genau bei dem voll nicht feuer und nach was du schießen tust diese projektil ist es doch das was mal auf fünf oder drei projektil speed oder wie ja und das auf das maximale machen und bei und bei bei feuer auch auf fünf hier kann ich nicht da kannst du aussuchen wie das mache ich das wie lang das trennen soll und wie viel schaden das machen muss das eine ist wie wie lange das trennen soll also wie lange so ein gegner brennen sollten und wie viel schaden das machen soll dann tot das kann ich 15 machen okay dann kann ich okay dann mache ich das so und jetzt jetzt suchst du deine kristalle raus ja da brauche ich einmal motors und einmal igles holt das war heute los motors hier so das ist für die kugel und was braucht dass du igles noch hier dieser feuerkristall dieser feuerkristall genau ich habe ich schmeiße ist das nicht in der kasse rein hier so ich weiß ob das jetzt aufheben tust natürlich nicht ja gehen wir das machen und jetzt warten das lädt sich auf das lädt sich jetzt gerade auf also haben mir das nicht schon mal gemacht kann das sein aber da haben wir es rausnehmen okay aber in deine handschuhe rein ja und jetzt kannst du damit schießen lol das ist ja kommst oh mein gott wir können endlich zaubern das ist ja nice wir können zaubern also quasi halt nur mit dem handschuh halt aber krass geile können einfach zaubern nein hier brennt alles an das war sehr cool was mein vorteil dass du kannst alles ab anfangen guck dir mal das wasser an lol das ist cool aber leider kann ich muss ich das hier immer an den rand machen weil guck mal wenn das nämlich schief ist das gilt erst wenn nicht wenn das den boden berührt hat lol mainz brennt dadurch gar nicht ja auf eis wie viel schaden macht ich brechen hilfe wie viel schaden macht es oder ich muss mich kurz heilen dass mich kurz heilen okay fünf her fünf schaden und drei herzen habe ich jetzt so verloren irgendein feuer auch noch ja ganz gut aber hatte ich nicht noch so einen anderen fokus weiß ich ja tatsache er er hat sich noch das ganz auch hier umändern ja das mache ich mal ich will das mal ich nehme mir mal so ein sechseck das ist immer die ausführung die du hast die musst du nehmen weil sonst machst du dir selbst schaden was und dann noch den effekt er macht rückstoß er ist nichts anderes als rückstoß das kannst du auf alles mögliche packen halt und das man bewirkt dass die mobs müssen weiter weg fliegen macht also ja jetzt sind er fokus schon kann ich da jetzt quasi noch was zweites drauf packen oder wie ja du kannst du mehrere dinge auf einmal so drauf packen also bei manchen ist es so möglich da würde ich noch irgendwie weiß ich nicht was drauf machen was ist noch gut so das passt ja jetzt brauche ich terra und dings mortos okay so und jetzt start crafting geht nicht ich kann das nicht kraften warum kann ich das kraften weil vielleicht das nicht so kommt denn weil das nicht so verbunden werden kann bestimmt kompatibel ist ja dann mache ich er ich kann nicht trotzdem nicht ach so weil ich jetzt das andere brauche vielleicht passt das sechseck nicht macht das jetzt mal jetzt macht das jetzt mal stell das noch mal her was hier und er kannst du noch nicht so ich probiere ich kann es immer noch nicht vielleicht wie viel von der energie brauchst du ich müsste also viskose dieses viskos viskos ich brauche total complexity 14 von 15 experience kost 1 und viskos 143 vielleicht habe ich nicht genügend solcher ordo annie das ist ja modus was ich hab ich brauch motos ach so hat deswegen geht das wahrscheinlich nicht okay dann kann ich ja wieder er machen hier 15 von 15 das passt dann bringen wir mal der motos kurz noch selbst wie viel davon brauche ich ist per kost aber ich nehme mal an und sonst nicht mehr was mit so einen halben stack von mir ist jetzt meins genommen nein ich habe das aus der kiste genommen dann brauche ich aber noch terra haben wir keinen terror mehr hast du noch terra ja haben wir vielleicht gar nicht doch doch terror oder ich gebe es ja 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 ich weiß ja nicht wie viel terror davon brauche ich 3 1 immer einer ist das immer einer aber warum kann ich das dann die kopf ist er dürfen nicht kompatibel vielleicht weil man schon er hat vielleicht weil du schon er drauf hast vielleicht ist es deswegen nicht möglich gerade aufgenommen aber er funktioniert nicht vorne hatte ich feuer und da habe ich dann feuer auch immer hin hauen mein rücken da habe ich dann feuer gemacht weil sie ist das so nicht möglich vielleicht ist es aber auch mit den mit den projekt zielen nicht möglich auch sein das brauche ich potenzia wenn ich bold mache ich brauche immer einen fluchseffekt haben wir die kristall überhaupt nur manche nicht alle haben wir potenzia ja ich nehme mal was aus potenzia raus also touch können wir schon gar nicht machen weil dazu brauchen wir sowas was wenn ich haben ja das kann ich generell ich kann einfach diesen ich kann das generell nicht machen keine ahnung keine ahnung ok warum das bei dem nicht funktioniert weiß ich nicht vielleicht muss ich das rausnehmen beide rausnehmen aus dem ding aber deswegen sollte doch das andere auch funktionieren vielleicht auch ein bug hat das kann natürlich auch sein warte mal ich komme nein was hast du jetzt schon wieder gemacht ich habe ein problem ich habe meine handschuh in die lava geworfen das hast du nicht getan du hast deine handschuhe in die lava geworfen ja ach komm das ist nicht dein ernst wir haben festgestellt dass wir die dinger funktionieren melo und joshi hat seinen handschuh gerade in die lava geworfen mit seinem zauber ich weiß ja auch nicht aber okay ich kann jetzt teuer machen was irgendwann vielleicht damit nützlich sein wird ich kann eis machen das wäre es für die folge gewesen bis zur nächsten folge haut rein leute und ciao 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 ciao